Mein absolut bester Freund, Hailey und Justin so glücklich Auf zahlreichen Fotos, die den Baby-Interpreten und das Model bei gemeinsamen Dates zeigen, wird das immer wieder offensichtlich. Egal, ob am Strand, im Golfclub oder im Kino, Romantik steht bei den Pärchen im Vordergrund. Doch für Hailey ist Justin mehr als nur ihr Traummann. Mein absolut bester Freund, betitelte die 21-Jährige ein aktuelles Bild auf Instagram. Darauf sind Justin und seine Herzdame zu sehen, wie sie in einem Boot übers Wasser schippern. Hailey sitzt auf dem Schoß ihres Liebsten und wirft ihm einen verliebten Blick zu, während der Sänger auf sein Handy schaut. Auch auf diesem Schnappschuss scheint das Pärchen vor Liebesglück nur so zu strahlen. Damit das auch so bleibt, haben Hailey und Justin bereits Vorkehrungen getroffen, angeblich sollen sie derzeit an einem Ehekoching teilnehmen, um auf alle Schwierigkeiten des gemeinsamen Lebens vorbereitet zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017